Kaffee? Traumhaft, oder? Als wären wir zwei die einzigen Menschen auf der Welt. Warte, findest du mich? Was? Anders denkst du. Ein gar nichts. Hey. Wir hatten uns was vorgenommen. Einen Tag lang alles vergessen. Also schön. Was soll ich denn zuerst vergessen? Dass gestern der Protest gegen Tanja war, oder dass ich sofort die Kündigung bekomme, wenn der Chef uns hier sieht, oder dass... Alles. Und zwar sofort. Schon passiert. Ich will gar nicht mehr nach Hause. Am liebsten will ich die ganze Zeit hier bleiben mit dir. Wenn du das gehst. Alles geht. Wenn man es nur stark macht will. Du fährst dann morgens raus und fängst die Fische. Und ich halte dir die Hütte sauber und putze das Gemüse. Wenn wir dann gegessen haben, dann legen wir uns raus ins Gras. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch weiter. Ich will die Leute mal gleich weg. Und ich muss das nicht öffnen.